So, mal ein kleines Spaß-Video mal wieder zwischendurch, weil der Dave gerade immer wieder in der Sauna ist. Als ich gedacht habe, macht sich ein Oktoberfest Bier auf. Festbier vom Gülen Grug, das aus dem Vogel, werde ich demnächst auch noch präsentieren. Oder wenn ihr das seht, habe ich das wahrscheinlich sogar schon präsentiert. Und das wird vielleicht ein kurzes Live-Shorti werden, im Direktvergleich. Ich werde das jetzt nicht ganz trinken, nur mit euch ploppen, auf euer Wohl. Erstens, weil hier gibt es Leute. Außerdem kann ich jetzt nicht die ganze 0,7er Flasche abpumpen, das hat 6, irgendwas Prozent. Und ich muss jetzt ja noch den Hund holen. Und wenn ich mit dem draußen spaziere, werde ich an der frischen Luft. noch mal ein Outdoor-Video machen, wo ich dann noch mal das noch mal präsentiere. Also, noch mal richtig kurz. Anni, es hat nur 5,6 Prozent, sehe ich gleich. Dann kann ich aber Herz noch einen Schluck trinken. Das ist ein wunderbares Bier. Gerade, wenn man es saumiert hat, ist eine wunderbar feine Sache. Wie gesagt, ich mache noch mal ein Shorty davon. Ah, nein, Quatsch, ein Shorty ist eine blöde Idee. Dann ist der ja schon, habt ihr den ja schon gesehen, lang bevor ich, ähm, bevor ihr das Video hier sehen werdet. Wisst ihr was, dann mache ich ein reguläres Video draußen noch mal. Mit dem Hund, ein kurzes Video zwar, aber, genau, mit Hund. Dafür gibt es jetzt noch mal einen extra Rülpser. Moment. Ja, Schulz! Genau, hat jetzt die ganze Sauna mitbekommen. Aber, das muss, kürzlich halt, es kürzlich so. Es kürzlich so. Macht's gut und bis bald. Euer Dave und Tschüss. Muss